Muslim-Television, heute von der Landwirtschafts- und Gewerbeausstellung BA in Bern. Wir wollen herausfinden, was ist Swissness? Warum Swissness? Was ist so attraktiv an diesem Schweizer-Sein in diesem Land? Was bedeutet dieses Kreuz auf der Schweizer Fahne, du als waschechter Schweizer? Das Kreuz, das ist für mich die Freiheit. Dieses Kreuz ist ein Sinnbild dafür, für uns Schweizer, dass wir stolz darauf sind. Eckig, kantig, aber stolz. Ja, aber was das bedeutet? Die Schweiz? Und dass die, die in die Schweiz kommen, kreuzigen wir auch. Viele Politiker meinen ja, ich will ihnen auf die Kappe ein bisschen. Ich kann euch beruhigen. Ähm, andere werden angegagelt. Was ist denn so richtig Schweizerisch? Das, was du sagst. Die Kühe? Ja. Für was steht der Schweizer auf? Für das. Für was setzt er sich ein? Für das. Was beflügelt ihn? Das. Was? Diese Neutralität ist eine Schweizer Tugend, sagt man. Es ist sehr gut, dass du Neutralität in der Schweiz vorher hast. Ja, das sehen wir alle Tage. Wir nehmen ja jedes Jahr 80'000 Ausländer auf in der Schweiz. Das ist Neutralität. Das heisst, man ist nicht nur einfach neutral, sondern man mischt sich dann auch mal ein? Nein, nicht. Nicht. Ich nicht. Du bist so ein halber Dalai Lama. Ich nicht. Ich nicht. Du bist ein kleiner Buddha. Sag doch du noch in die Kamera, was die Ausländer so richtig Schweizerischer machen würden. Am besten ist es, wenn ihr zu Hause bleibt. Wir schmeissen den Ausländern. Schmeissen. Die Erde ist nicht über die Grenze hingeschafft. Warte, jetzt musst du so nah wie möglich. So nah wie möglich an den Ausländern? Ja. Dann ist das die Grenzpolizei. Diesen kleinen Ausländer. Warte, lass mich ja in die Grenzpolizei hineinfühlen, damit ich eine Antipathie entwichen kann. Du kleiner Ausländer, wolltest du in die Schweiz kommen, oder? Oh! Da kommt der Schweizer in den Schweizer. Du bist ja nur für ein Vogel. Einen Applaus für John! Das nächste Lied kommt von John und von mir. Und es heisst, Blümlis alt in einer feucht, fröhlichen Sommernacht. Das ist mein Job. Das ist mein Job. Sorry. Muslim Television Breaking News. Wir haben soeben Herrn Blocher auf dem BH-Ariel gesehen. Christoph, nur ganz kurz. Sie sind am Kornessen an der BH. Ja, das stimmt. Nicht an einer Session oder sonst an einem Tag? Nein, sicher nicht. Und wie sieht der politische Kurs aus für 2016? Schlecht. Wir könnten das ja zusammen machen, ja? Nein, das können wir nicht zusammen machen. Weil das nicht einstudiert ist, mein Freund. Ja, das Leben ist spontan, ja. Die Kunst ist spontan, die entsteht, ja. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Machst du deine Show und ich gehe mal Pause machen. Jawohl! Aber ich brauche Elin de Guerrero. Nein, das musst du selber mitbringen. Ja. 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 Ja, Junge, wir sind von Muslim-Television. Wir? Wir haben uns angemeldet. Wir sind akkreditiert. Mach doch mal die Tür auf, ne? Don, ding, dang, ding, dang, so läuten auf der Hallen die Küche. Weißt du, die Tür, die machen Mut, lauter die oh! Heute bin ich bei den Rebellen der Schweiz, im Wallis. Hier gibt es noch eine Königin und Monarchie, und das Schöne daran, die müssen gegeneinander schlägeln, um rauszufinden wer die Königin ist. So wie ich damals auf der Strasse. Ich glaube, wir haben kompetente Leute gefunden. Vielleicht kann mir jemand erklären, um was geht es denn heute genau? Stechen, weisst du. Wie meinst du das? So, Kühe, so, oder so. Ist es deine Königin? Das ist meine Königin, ja. Hat sie das Finale schon mal gewonnen? Du redest jetzt vor Ruhe, nicht vor Frau. Sie kämpfen gegeneinander, ohne Regeln? Nein, es gibt Regeln. Sie darf zweimal verlieren, beim dritten Mal ist sie weg. Entschuldigung. Wie heisst du denn? Was macht denn diese Wallister so komisch? Also die weiblichen oder männlichen? Gesamt. Die Unterwalliser oder Oberwalliser? Gibt es noch Unterschiede? Da gibt es grosse Unterschiede. Was macht denn die Unterwalliser anders? Die Unterwalliser sprechen anders. Die Französer sind französische Kultur. Und die lieben manchmal auch ein bisschen, etwas zu trinken. Da ist schon ziemlich einer auf dem Sender. Was macht denn die Walliser anders als die anderen in der Schweiz? Wir sind speziell. Ja, wir sind speziell. Wir sind einfach die Beste. Das ist speziell. Die Walliser wissen ja, wie Party zu machen. Wie viele Finger sind das? Zwei. Wie viele sind das hier? Vier, fünf. Wie viele ist das hier? Fünf auch. Das ist der Friede, Junge. Der Friede, ja. Bei Walliser ist das nicht immer so. Moll. Ober- und Unterwalliser. Das macht nichts. Das ist wie beim Sechs oben oder unten. Das macht gar nichts. Zusammen ist wichtig. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Die Frauen gehen aufeinander los. Nur um Königin zu werden. Unglaublich, ja. Wie sie um diese Monarchie kämpfen, ja. Wie sie probieren, die Nummer eins zu sein. Wir haben das früher anders ausgetragen. Obwohl die miteinander schlägen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ziemlich fair ist. Weil die Verliererin, die läuft dann einfach raus. Eigentlich sollte das in der Politik genau gleich sein. Die sollten einfach das Feld räumen, ja. Und die Diktatur walten lassen. Warum schlägeln denn die, ja. Die haben ja alles. Die Schweizer Kühe, ja. Ob es albanische Kühe wäre, ein türkische Kühe wäre, cool. Die Walliser sind ein spezielles Völkli. Man hat manchmal ein bisschen Kommunikationsprobleme. Aber sie können gut trinken und manchmal sogar richtig labammeln. Und das Schönste daran, sie können gut schlägen für Schweizer. Die Schweizer Armee ist eine Art XXL-Version der schweizerischen Fussball-Nationalmannschaft. Ein Multikulti-Verein. Darum bin ich heute in Birmenzdorf an der Rekrutenschule, um meine Brüder zu besuchen, die nicht nur ihre Rechte, sondern auch ihre Pflichten als Schweizer wahrnehmen. Muslim! Television! Herr Bernasconia. Guten Tag, Herr Muslim. Schön, dass ich heute hier sein. Wenn ich Sie kurz um Ihren Rang fragen darf. Ja, ich bin Obersleutnant in Generalstab und bin ich der Kommandant der Infanterie durch den Bataillon 114. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Die Soldaten unter sich, wie grösst ihr euch dann? Die Soldaten unter sich? Ja, manchmal auch mit Krauss oder mit Hatschlag. Ja, genau. Unterschiedlich. Ja, auch so. Statsch! Genau. So sieht dann ein ... ... ein ... ... ein ... ... ein ... Schlafraum. Ein Schlafzimmer, der Truppe. Jawohl. Was sind denn so die grössten Konflikte, die hier drin ausgetragen werden? Die grössten Konflikte sind eigentlich die, dass z.B. die Zimmerordnung nicht eingehalten wird. Man sieht die Betten mit einem kleinen Hügel. Das sind eigentlich kleine Sachen, aber man muss immer wieder den Finger darauf halten. Richtig. Oder den Finger manchmal auch rausnehmen. Aus der Nase z.B. Es entwickelt sich ja über die Zeit eine Freundschaft in diesem Raum. Ist doch so. Ja. Hat denn der Feldweibel schon mal einen Soldaten gehabt, den er speziell gerne gehabt hat, der ihm sogar an sein Herzeli gewachsen ist? Nein, das ist noch nicht okay. Jemand, der bei dir dieses Gefühl ausgelöst hat, vor dem Fenster zu stehen und vielleicht ein Lied zu singen? Nein, das ist noch nicht okay. Mann, Markus, du hörst mein bester Soldat. Wann kommst du wieder in die Kaserne? Nein, 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 nein. Jungs, ist noch Platz frei hier? Kann man sich noch setzen? Von wo kommen denn die Eltern, wenn ich frage? Von wo kommen denn die Eltern, wenn ich frage. Jetzt mal abgesehen von der Kamera, sag es ganz ernst. Wenn es Krieg geben würde, würdest du wirklich für dieses Land in den Krieg ziehen? Mit der DK-Chance. Herr Leutnant, ja, es gibt einige Soldaten, die sagen, wir würden eh nicht gewinnen, sagen Sie, wenn wir in den Krieg ziehen würden zum Beispiel. Hätten wir eine Chance gegen Österreich? Also, wenn wir einfach einen Krieg haben, ich weiss nicht, von welcher Seite man kommt, einfach der Gegner. Die kommen von allen Seiten. Oh, 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 oh. Ah. Kommandant. Guten Tag. Wie begrüsse ich ihn? Oberst! Und ihren Namen jetzt? Mein oder der ... Muslim! Ruh! Wunderschönen Tag. Alles klar? Alles gut. Ja, super. Darf ich kurz fragen, bist du in einem Robocop-Modus? Ich kann es leider nicht reden. Es konzentriert sich. Ich wette, du bist viel zu fähig, um einen Schuss abzufeuern. Ich habe keine Munition dabei. Das Problem ist hier vorne. Dort vorne steht ein Fahrzeug im Weg. Für einen Mann mit einem Auto? Für einen Mann mit einem Auto braucht es eine Armee. Kein Problem. Wenn Sie wollen, kann ich das kurz regeln. Ich weiss nicht, ob Sie das regeln können. Vermutlich wirst du es nicht schaffen. Bitte? Sag doch so nicht. Nimm den Autor und geh wieder dorthin, wo du gekommen bist. Ich habe es dir gesagt. Jungs, eine kleine Information. Ich war bei unserem Ziel dort hinten. Ich habe ihm klar eine Ansage gemacht. Ich habe ihm gesagt, Junge, mit uns Kasches nicht anlegen. Also, er ist vorgewarnt geworden. Alles andere überlassen sich dem Schweizer Militär. Aufzeit. Alles andere. Boah! Alles andere! Alles snellen! Wie ist es denn für dich, jetzt mal unter uns für ein fremdes Land zu kämpfen? Also, ein fremdes Land würde ich schon nichts sagen. Ich bin hier aufgewachsen und ich glaube, jeder von uns ist sicher stolz, hier zu sein. Was spürst du dabei? Bei was genau? Wenn du diese Uniform trägst. Ich bin stolz darauf, dass ich sie tragen darf. Ex-Ausländer und Schweizer verkehren hier auch miteinander. Ja, sicher. Da gibt es keinen Unterschied? Nein, eigentlich nicht viel. Achtung! Danke schön! Direkt aus der Recruitenschule. Es war ein ziemlich bewegender Tag. Und ich muss sagen, auch wenn es manchmal nicht so fängt, Disziplin zu spüren und zu gehorchen, habe ich hier heute sehr fröhliche Menschen angetroffen, die eins waren, ein Kollektiv. Und bekanntlich wird das mit CH geschrieben. Kollektiv. Unüberwindbare Mauern, Stacheldraht, vergitterte Fenster und top ausgebildetes Personal. Eine Flucht von hier ist unmöglich, weil es ist das modernste und grösste Gefängnis in der Schweiz. Und einmal mehr sind es vor allem Ausländer, die hier zu Hause sind. Aber keine Panik. Die sind nicht kriminell, dafür ziemlich animalisch. Los! Wie heisst das Tier? Ravi. Ravi? Ja. Kommt Ravi von Ravioli? Nein. Wenn man als Ravi aus dem Asiatischen in die Schweiz migriert, was ist der Unterschied zum Ausländer, der hierher kommt? Ravi hat natürlich den Vorteil, dass sie hier nichts schaffen muss. Sie bekommt diese Futter. Das ist bei den Ausländer genau gleich. Es gab schon mal Situationen, wo du um dein Leben fürchten musst. Nein, das musste ich nie. Sag doch ja, wenn wir besser einschalten. Jippi. Wie heisst sie? Jippi. Jippi? Ja. Ah, jetzt komme ich daraus. Die Kinder auf der Strasse sagen immer, hey, Jippi. Das Osmanische Reich, sagt man, die sind mit den Chamellen bis zu den Alpen gekommen. Dann sind sie erfroren. Ich frage einen Augenblick, warum schäumt der Kleine dort? Warum hat er so Schaum vor dem Mund? Er hat wahrscheinlich vorher bei der Mutter getrunken. Hat er Milchstibitz? Genau. Dieser kleine Milchsüchtige. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, wenn solche Exoten es schaffen, unter diesen klimatischen Bedingungen es auszuhalten, warum haben wir Ausländer solche Probleme? Tja. Ich weiss es nicht. Ich bin Schweizer und musst du dich fragen. Oder vielleicht, wenn wir jeden Morgen ein Macadamia-Nüsli bekommen würden? Ja, das ist ein bisschen teuer. Da kommen bei uns nur die Besten. Hä? Ja. Was willst du damit sagen, Entschuldigung? Ja, nicht drehen. Ja, nicht drehen, bitte. Einfach, geradeaus. Die beisst. Sie kann beissen, genau. Sie kann beissen. Unsere Tigerpüte uns beissen nicht. Tigerpüte uns vom Charakter her. Ich glaube, die Kamera ist eingelaufen wegen meinem Angstschweiss. Mein erstes Mal, dass ich eine Schlange berühre in meinem ganzen Leben. Einen Augenblick. Jetzt ist es passiert. Und? Oh, die fühlt sich an wie ein Sexspielzeug. Entschuldigung. Ganz ehrlich, ich muss ja sagen, dass es ist. Für alle, die sich das nicht vorstellen können. Es ist eine Mischung zwischen Silikon und Seide. Genau, das ist ganz weich. Edelste Seide. Weich. Mein Angstschweiss hat schon wieder die Linse begattet. Können wir die Linse noch einmal putzen? Allerdings, bitte. Ja, Chef. Warum hält eigentlich die Prachtikantin den gefährlichsten Teil? Ist das hierarchisch so, dass die, die weiter oben sind, den Schwanz hinten, dann bin ich zuletzt? Genau. Nein, nein. Ich bin der, der am höchsten ist. Nein, nein. So prachtikantin. Halt den Mund. Sie hat gefürzt. Sie hat gefürzt. Nadine hat gefürzt. Nein, nicht Nadine hat gefürzt. Ich meine, die Python hat gefürzt. Es hat wirklich so gemacht. Komm, Shippie, Shippie, Shippie. Komm, Shippie, komm, 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 komm. Du musst ruhig sein. Dann kommt sie sicher nicht. Ah, ich darf nicht reden. Nicht sagen. Aber sie kommt. Haben die spezielle Hierarchien hier? Ja, ja. Die Männchen sind die Bosse da. So wie wir. Von oben nach unten. Die Männer sind oben so. Noch eine Prise Zitrone. So nehmen sie es sicher nicht mehr. Nein, nur die Düftstoffe ein bisschen aktivieren. Komm, 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 komm. Das gibt es Zitronensaftchen. Komm, komm, komm. Ah, es hat sich langsam herumgesprochen, dass es Zitronensaft gibt. Oh, Siegel. Komm, Siegel, komm. Kommst du von Afrika den ganzen langen Weg in diese breiten Grade? Einen Augenblick, Kinder. Einen Augenblick. Pak, Jimbo. Mambutu. Mambutu. So, dann machen wir noch eine Gruppe. Sein oder Ausländer sein, das ist hier die Frage. Diese Tiere hier werden, wenn es nach mir geht, vor all diesen bösen Menschen hier draußen beschützt, ohne den Moralisten zu spielen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich hasse euch alle zusammen. Aber das nur, damit ihr einschaltet und von dieser Liebe hier erfährt. Müsste in der Television. Ziemlich animalisch. Chef, was isch? Warum sprichst du vor das Auto, ja? Schätzli, ja. Allerdings, was soll ich machen? Chef, du fährst wie Wilder. Was kann ich denn dafür? Kommt die Katze vor das Auto, ja? Auf Wunsch meiner Mitarbeiter frische ich also meine Fahrwünsche auf. Damit sich der Fahrlehrer auf mich konzentriert, haben Aladin und Sergio versteckte Kameras gebastelt und folgen uns nun an der Hover. Feuer! Dass man eigentlich bei Orang schon so an dem Baby-Segel übersieht. Das hat man nicht. Ölw 215 Max güne Geradeaus. Links, 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 links. Stopp stopp, stopp. Nicht hier, nicht hier. Du hast gesagt Rechts, ja. Entschuldigung. Der Fahrlehrer hat gemeint, ich soll hier rechts abbiegen. Ich habe rechts über den Gemeindcar, habe ich nicht verstanden. Cool. Ja, Junge, gib mir korrekte Anweisungen. Mach mich nicht aggressiv! Entschuldigung, Entschuldigung. Geradeaus, schön langsam. Wie hast du deine Gefühle in den Griff bekommen, wenn ich mal fragen darf? Ich mache Sport. Ich gehe ... Oh, eine heisse Katze. Nein, 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 nein! Robert! Alles klar, Len? Du bist auf der Straße. Hast du die Hüfte gesehen? Nein, leges rechts, mit dieser Heidi Frühe. Wo weisst du ihn? Hey! Warte, lau! Entschuldigung, ich habe eines davon. Ich habe gedacht, ich habe ... Wieso fährst du? Es tut mir leid, Junge. Ich habe es nicht begreift. Ich habe mich kurz vergessen. Fahr schnell hier auf der nächsten Zeit. Bin ich tot gefroren? Ich komme gleich wieder. Okay. Ich komme gleich wieder. Ich habe Angst hier drinnen. Ich habe mir vor ihr überlegt, ob ich mit dir auf die Autobahn fahre und gehe. Ich habe mir gedacht, nein, ich gehe nicht. Das ist mir zu gefährlich. Entschuldigung. Jede Beziehung hat seine Öhe im Titel. Das ist so, oder? Geben wir uns noch einmal eine Chance. Wir geben einander noch eine Chance. Das ist so, oder? Ja. Nein, das will ich nicht. Im Verkehr muss man manchmal auch mit anderen Verkehrsteilnehmern kommunizieren. Alles klar bei Ihnen? Ja. Ich bin heute zum ersten Mal in der Fahrschule. Und er will mir sagen, wie ich mich zu verhalten habe. Okay. Aber so verhalten Sie sich nicht auf der Strasse und quatschen Leute ab. Soll ich Ihnen ganz ehrlich sagen? Ja. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten wir uns nie gesehen. Ja, richtig. Hast du das gesehen? Die wird das ihr Leben lang nicht mehr vergessen. Verstehst du? Was ist das für ein Zeichen? Trinker-Fahrstreifling. Trinker-Fahrstreifling. So, genau. Das mache ich nicht. So. Wenn ich schon mal in Basel bin, muss ich noch kurz vorbeischauen. Bei diesem Hassan. Er hat hier seinen kleinen Kaffee. Ich muss kurz etwas erledigen. Aber ich komme dann gerade. Wichtig ist einfach, dass der Motor läuft. Und dass, wenn ich wieder nach draußen komme, dass du vielleicht im Notfall losst. Nein, nein, nein. Ich rufe die Polizei und gehe weg. Ganz kurz. Ich rufe die Polizei und gehe weg. Ich sage es dir zum letzten Mal. Ich erkläre es dir nur ganz kurz. Nein, du musst mir nichts erklären. Du fährst hier nach vorne. Ich muss die Handbremse ziehen. Ich muss sie ziehen. Hier auf der Seite. Lass mich kurz. Lass mich in den Punkt wieder rauskommen. Nein, nein, nein. Dann werde ich die Polizei rufen. Also, gut. Okay, gehen wir dann. Also, gehen wir. Nein, nein, ich möchte das nicht, bitte. Lass mich da, sonst steige ich wieder raus. Okay? Warum bist du so angespannt? Ich bin nicht angespannt. Was würdest du mir mit auf den Weg geben? Halte deine Emotionen im Griff. Was ist das, was ich dir auf den Weg geben darf? Sind wir drauf? Ja, Chef. Die Fahrschule hat mir heute gezeigt, dass Emotionen manchmal nicht am richtigen Platz sind und dass man sie unter Kontrolle haben sollte. So wie alle anderen Sachen im Leben. Äh, Chef, Auto rollt weg. Was ist los, lann? Äh, Auto rollt weg. Was für ein Auto, lann? Auto rollt weg. Warum sagst du nichts? Ja. Damit es klar ist, bei Muslim-Television kommt niemand zu Schaden. Und man abgesehen davon, haben die ja sowieso sieben Leben. Trink, mein Frank, hadi. TELEMUNDERS Es ist eine Mischung zwischen Silikon und Seide. Genau, das ist ganz weich. Edelste Seide. Mein Angstschweiss hat schon wieder die Linse begattet. Können wir die Linse noch einmal putzen? Allerdings bitte, ja. Ja, Chef. Warum hält eigentlich die Prachtikantin den gefährlichsten Teil? Ist das hierarchisch so, dass die, die weiter oben sind, den Schwanz hinten? Dann bin ich zuletzt. Genau, nein. Ich bin der, der am höchsten ist. Nein, nein. So, Prachtikantin, halt das Mund, die hat gepuscht. Sie hat gepuscht. Nadine hat zuerst ein paar Arge mitgeschlagen. Nein, Nadine hat gepuscht. Ich meine, die Python hat gepuscht. Es hat wirklich so gemacht. Komm, Shippie, Shippie, Shippie. Komm, Shippie, komm, 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 komm. Du warst ruhig, dann kommt sie sicher nicht. Ah, ich darf nicht reden. Nicht sagen. Aber sie kommt. Haben die spezielle Hierarchien hier? Ja, ja. Die Männchen sind die Bosse da. So wie wir, von oben nach unten. Die Männer sind oben. So, noch eine Prise Zitrone. So nehmen sie es sicher nicht mehr. Nein, nur die Düftstoffe haben wir ein bisschen wie aktiviert. Komm, 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 das gibt es Zitronensäfte. Adi, komm, komm, komm. Ah, es hat sich langsam herumgesprochen, dass es Zitronensaft gibt. Oh, Siegel, komm, Siegel, komm. Kommst du von Afrika den ganzen langen Weg in diese breiten Grade. Einen Augenblick, Kinder, einen Augenblick. Pachjimbo. Mambudu. Mambudu. So, dann machen wir noch eine Gruppe. So, dann machen wir noch ein paar Viertel. So, dann machen wir noch ein paar Viertel. Sei nur der Ausländer sein, das ist hier die Frage. Diese Tiere hier werden, wenn es nach mir geht, vor all diesen bösen Menschen hier draussen beschützt, ohne den Moralisten zu spielen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich hasse euch alle zusammen. Aber das nur, damit ihr einschaltet und von dieser Liebe hier erfährt. Müsste in die Television. Ziemlich animalisch. Chef, was ist? Warum spürst du vor das Auto, ja? Schätzli, ja. Allerdings, was soll ich machen? Chef, du fährst wie Wilder. Ich fahre wie ein Wilder. Was kann ich denn? Dafür kommt die Katze vor das Auto, ja? Auf Wunsch meiner Mitarbeiter frische ich also meine Fahrwünsche auf. Damit sich der Fahrlehrer auf mich konzentriert, haben Aladin und Sergio verstechte Kameras gebastelt und folgen uns nun an der Hover. Das man eigentlich bei Orang schon... So, mit mir wissen, ich probiere sie. So, man nicht. Die Fahrlehrer hat gemeint, ich soll sie rechts abbiegen. Ich habe rechts über eine Gemeinde, er hat mich nicht verstanden. Oh, okay. Cool. Ja, Junge, gib mir korrekte Anweisungen, ja? Also. Ja, mach mich nicht aggressiv, ja? Entschuldigung. Entschuldigung. Geradeaus. Schön war das. Wie hast denn du deine Gefühle in den Griff bekommen, wenn ich mal fragen darf? Ich mache Sport. Ich gehe. Oh, meine heisse Katze, Mann. Nein, 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 nein. Hey! Alles klar, Len? Du bist auf der Straße. Schach, Schach, hast du die Hüfte gesehen? Nein, leg ist rechts. Ja. Mit dieser Heidi-Frau. Wie isst du hin? Hey, Herr Kulz. Hey. Warte, ich lauere nicht. Len. Entschuldigung, ich habe Heiss bekommen. Ich habe gedacht, ich habe... Bist du fest, du? Es tut mir leid, Entschuldigung. Ich habe es nicht begreifelt. Ich habe Kulz vergessen. Die Frau ist noch hier auf der Echte Zeit. Bin ich tot, Frau? Ich komme gleich. Ja? Ja? Muslim-Television, heute von der Landwirtschafts- und Gewerbeausstellung BEA in Bern. Wir wollen herausfinden, was isch Swissness? Warum Swissness? Was isch so attraktiv an diesem Schweizer-Sein in diesem Land? Was bedeutet dieses Kreuz auf der Schweizer Fahne? Du als waschechter Schweizer. Das Kreuz. Das ist für mich die Freiheit. Dieses Kreuz ist ein Sinnbild dafür. Für uns Schweizer. Dass wir stolz darauf sind. Eckig, kantig, aber stolz. Ja, was ist das bedeutet? Schweizer? Und dass diejenigen, die in die Schweiz kommen, kreuzigen wir alle. Wir kreuzigen sie. Viele Politiker meinen ja, ich will ihnen auf die Kappe ein bisschen. Ich kann euch beruhigen. Ähm, andere werden angegagelt. Was ist denn so richtig schweizerisch? Das, was ihr hier gesagt habt. Die Kühe? Ja. Für was steht der Schweizer auf? Für das. Für was setzt er sich ein? Für das. Was beflügelt ihn? Das. Diese Neutralität ist eine Schweizer Tugend, sagt man. Es ist sehr gut, dass Sie Neutralität in der Schweiz vorherrscht. Ja, das sehen wir alle Tage. Wir nehmen ja jedes Jahr 80'000 Ausländer auf in der Schweiz. Das ist Neutralität. Das heisst, man ist nicht nur einfach neutral, sondern man mischt sich dann auch mal ein. Nein, nicht. Nicht. Ich nicht. Du bist so ein halber Dalai Lama. Ich nicht. Ich nicht. Du bist ein kleiner Buddha. Sag doch du noch in die Kamera, was die Ausländer so richtig schweizerischer machen würden. Am besten ist es, wenn ihr zu Hause bleibt. Wir schmeissen an den Ausländern. Schmeissen. Das ist nicht über die Grenzen geschaffen. Warte, jetzt musst du so nahe wie möglich. So nahe wie möglich an den Ausländern? Ja. Dann ist das die Grenzpolizei. Diesen kleinen Ausländer. Warte, lass mich ja in die Grenzpolizei hineinfühlen, damit ich eine Antipathie enttichere. Du kleiner Ausländer, wolltest du in die Schweiz kommen? Oh. Da kommt der Schweizer in der Schweiz. Ich bin nur für ein Vogel. Einen Applaus für John. Das nächste Lied kommt von John und von mir. Das heisst Blümelis Ant in einer feuchtfröhlichen Sommernacht. Stimmt nicht ganz. Es kommt gegen diese alte Haus. Es kommt Blümelis Ant in einer Sammlung. Ja, ja. Das ist mein Job. Das ist meine Show. Ciao, sorry. Muslim-Television Breaking News. Wir haben soeben Herrn Blocher gesehen auf dem BH-Ariel. Christoph, nur ganz kurz. Sie sind am Kornessen an der BH. Ja. Das stimmt. Nicht an einer Session oder sonst an einer Tag? Nein, sicher nicht. Und wie sieht der politische Kurs aus für 2016? Schlecht. Wir könnten das ja zusammen machen, ja? Nein, das könnten wir nicht zusammen machen. Weil das nicht einstudiert ist, mein Freund. Ja, das Leben ist spontan. Ja, die Kurs ist spontan. Die entsteht ja. Aber ich mache dir einen Vorschlag. Machst du deine Show und ich gehe mal Pause machen. Aber ich brauche einen Gitarreiro. Nein, den musst du selber mitbringen. Ach, nicht mit meinem Mikrofon bitte. Die Bea, die Bea. Ich wollte herausfinden, was Swissness heisst. Und ganz ehrlich, so richtig schlau geworden bin ich nicht. Aber eins habe ich gelernt. Die Schweizer gehen ihren Weg. Auch wenn ihnen das Leben manchmal auf den Kopf kagelt. Ja, Junge, wir sind von Muslimtelevision. Wir haben uns angemeldet. Wir sind akkreditiert. Mach doch mal die Tür auf, ja? Dong-Ding-Dang-Ding-Dong. So läuten auf der Alm die Kühe. Das ist richtig. Für die machen Mut. Heute bin ich bei den Rebellen der Schweiz im Wallis. Hier gibt es noch eine Königin und Monarchie. Und das Schöne daran, die müssen gegeneinander schlägeln, um herauszufinden, wer die Königin ist. So wie ich damals auf der Strasse. Ich glaube, wir haben kompetente Leute gefunden. Vielleicht kann mir jemand erklären, um was geht es denn heute genau? So stechen, weisst du. Wie meinst du das? So, Kühe, so oder so. Ist es deine Königin? Das ist meine Königin, ja. Hat sie das Finale schon mal gewonnen? Ah, du redest jetzt vor Ruhe, nicht vor Frau. Sie kämpfen gegeneinander, ohne Regeln? Nein, es gibt Regeln. Sie darf zweimal verlieren, beim dritten Mal ist sie weg. Entschuldigung? You parted you! Wie heisst du denn? Was macht denn diese Walliser so komisch, ja? Also die weiblichen oder männlichen? Gesamt. Die Unterwalliser oder Oberwalliser? Gibt es noch Unterschiede? Ja, da gibt es grosse Unterschiede. Was macht denn die Unterwalliser anders? Die Unterwalliser sprechen anders. Die Französer sind französische Kultur. Und die lieben manchmal auch ein bisschen etwas zu trinken. Da ist schon ziemlich einer auf dem Sender, ja. Was macht denn die Walliser anders als die anderen in der Schweiz? Wir sind speziell. Ja, wir sind speziell. Wir sind einfach die Beste. Das ist speziell. Die Walliser wissen ja, wie Party zu machen. Wie viele Finger sind das? Zwei. Wie viele sind das hier? Vier, fünf. Wie viele ist das hier? Fünf auch. Das ist der Friede, Junge. Der Friede, ja. Beim Walliser ist das nicht immer so. Moll. Ober- und Unterwallis. Das macht nichts. Das ist wie beim Sex oben oder unten. Das macht gar nichts. Zusammen ist wichtig. Ja! Ja! Jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Die Frauen gehen aufeinander los. Nur um Königin zu werden. Unglaublich, ja. Wie sie um diese Monarchie kämpfen, ja. Wie sie probieren, die Nummer eins zu sein, ja. Wir haben das früher anders ausgetragen. Obwohl sie miteinander schlägen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich fährisch. Weil die Verliererin, die läuft dann einfach raus. Eigentlich sollte das in der Politik genau gleich sein. Die sollten einfach das Feld räumen, ja. Und die Diktatur walten lassen. Warum schlägeln denn die, ja. Die geben ja alles. Die Schweizer Kühe, ja. Wenn es albanische Kühe wäre, türkische Kühe wäre, cool. Die Walliser sind ein spezielles Völkli. Man hat manchmal ein bisschen Kommunikationsprobleme. Aber sie können gut trinken und manchmal sogar richtig labambele. Und das Schönste daran, sie können gut schlägeln für Schweizer. Die Schweizer Armee ist eine Art XXL-Version der schweizerischen Fussball-Nationalmannschaft. Ein Multikulti-Verein. Darum bin ich heute in Birmenzdorf an der Rekrutenschule, um meine Brüder zu besuchen, die nicht nur ihre Rechte, sondern auch ihre Pflichten als Schweizer wahrnehmen. Muslim! Televizion! Herr Bernasconi, ja. Guten Tag, Herr Muslim. Schön, dass ich heute hier sein. Wenn ich Sie kurz um Ihren Rang fragen darf. Ja, ich bin Obersleutnant in Generalstab und bin ich der Kommandant von der Infanterie durch die Bataillon 114. Das kam ja wie aus der Pistole geschossen. Die Soldaten unter sich, wie grösst ihr euch dann? Die Soldaten unter sich? Ja, manchmal auch mit Kruis oder mit Handschlag. Ja, genau. Unterschiedlich. Auch so. Statsch! So sieht dann ein Schlafraum? Ein Schlafzimmer der Truppe, jawohl. Was sind denn so die grössten Konflikte, die hier drin ausgetragen werden? Die grössten Konflikte sind eigentlich die, dass z.B. die Zimmerordnung nicht eingehalten wird. Und es sind die Betten mit dem kleinen Hügel. Das sind eigentlich kleine Sachen, aber man muss immer wieder den Finger darauf halten. Richtig. Oder den Finger manchmal auch rausnehmen. Aus der Nase z.B. Es entwickelt sich ja über die Zeit eine Freundschaft in diesem Raum. Ist doch so. Ja. Hat denn der Feldweibel schon mal einen Soldaten gehabt, den er speziell gerne gehabt hat, der ihm sogar an sein Herzchen gewachsen ist? Nein, jetzt noch nicht. Jemand, der bei dir dieses Gefühl ausgelöst hat, vor dem Fenster zu stehen und vielleicht ein Lied zu singen. Nein, das ist noch nie okay. Lan, Marcos, du ärsch mein bester Soldat. Wann kommst du wieder in die Chaserne? Tananana. Jungs, ist noch Platz frei hier? Ja. Von wo kommen denn die Eltern, wenn ich frage. Angola. Jetzt mal abgesehen von der Kamera, sag das Ganze ein strenges Krieg geben würde. Würdest du wirklich für dieses Land in den Krieg ziehen? Bitte, keine Chance. Herr Leutnant, ja, es gibt einige Soldaten, die sagen, wir würden eh nicht gewinnen, sagen Sie, wenn wir in den Krieg ziehen würden z.B. hätten wir eine Chance gegen Österreich? Also, wenn wir einfach einen Krieg haben, ich weiss nicht, von welcher Seite man kommt, einfach der Gegner. Die kommen von allen Seiten. Ja, ich bin ganz schön. Wie begrüsse ich ihn? Oberst! Und Ihren Namen jetzt? Mein oder ... Muslim! Guten Tag. Guten Tag. Alles klar? Alles gut? Ja, super. Darf ich dich kurz fragen? Bist du in einem Robocop-Modus? Ich kann es leider nicht reden. Was konzentriert es? Ich wette, du bist viel zu feig, um einen Schuss abzufeuern. Dann habe ich keine Munition dabei. Das Problem, das wir haben, ist hier vorne. Dort vorne steht ein Fahrzeug im Weg. Für einen Mann mit einem Auto? Für einen Mann mit einem Auto braucht es eine Armee. Kein Problem. Wenn Sie wollen, kann ich das kurz regeln. Ich weiss nicht, ob Sie das regeln können. Wissen Sie, dass ich ihn weg von der Schlüssel bin? Vermutlich wirst du es nicht schaffen. Bitte? Sag doch so nicht. Nimm den Autor. Und geh wieder dorthin, wo du gekommen bist. Ich habe es dir gesagt. Jungs, eine kleine Information. Ich war bei unserem Ziel dorthin. Ich habe ihm klar eine Ansage gemacht. Ich habe ihm gesagt, Junge, mit uns Kasches nicht anlegen. Also, er ist vorgebannt geworden. Alles andere überlasse ich dem Schweizer Militär. und ich habe ihn eine Vision. Ich bin ein neues Ziel. Alles klar? Wie ist es denn für dich, jetzt mal unter uns für ein fremdes Land zu kämpfen? Fremdes Land würde ich nicht sagen. Ich bin hier aufgewachsen und ich glaube, jeder von uns ist sicher stolz, hier zu sein. Was spürst du dabei? Bei was genau? Wenn du diese Uniform trägst. Ich bin stolz darauf, dass ich sie tragen darf. Ex-Ausländer und Schweizer verkehren hier auch miteinander. Ja, sicher. Gibt es keinen Unterschied? Nein, eigentlich nicht viel. Sama! Eriko! Sama! Achtung! Danke schön! Direkt aus der Recruitenschule. Es war ein ziemlich bewegender Tag. Und ich muss sagen, auch wenn es manchmal nicht so fängt, Disziplin zu spüren und zu gehorchen, habe ich hier heute sehr fröhliche Menschen angetroffen, die eins waren, ein Kollektiv. Und bekanntlich wird das mit CH geschrieben. Kollektiv. Unüberwindbare Mauern, Stacheldraht, vergitterte Fenster und top ausgebildetes Personal. Eine Flucht von hier ist unmöglich, weil es ist das modernste und grösste Gefängnis in der Schweiz. Und einmal mehr sind es vor allem Ausländer, die hier zu Hause sind. Aber keine Panik, die sind nicht kriminell. Dafür ziemlich animalisch. Ja! Wie heisst das Tier? Ravi. Ravi? Ja. Kommt Ravi von Ravioli? Nein. Wenn man als Ravi aus dem Asiatischen in die Schweiz migriert, was ist der Unterschied zum Ausländer, der hierher kommt? Ravi hat natürlich den Vorteil, dass sie hier einfach nichts schaffen muss. Sie bekommt wie Futter. Das ist bei den Ausländern genau gleich. Ich habe schon mal Situationen, in denen du um dein Leben fürchten musst. Nein, habe ich nie müssen. Sag doch ja, dann hätten wir besser Einschalkoten. Was? Schipi. Wie heisst sie? Schipi. Schipi? Ja. Ah, jetzt komme ich draus. Die Kinder auf der Strasse sagen immer, hey Schipi. Das Osmanische Reich sagt man, die sind mit den Chamellen bis zu den Alpen gekommen, dann sind sie erfroren. Frage einen Augenblick, warum schäumt denn der Kleine dort? Warum hat er so Schaum vor dem Mund? Er hat wahrscheinlich vorher bei der Mutter getrunken. Hat er Milchstibitz? Genau. Dieser kleine Milchsüchtige. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, wenn solche Exoten es schaffen, es unter diesen klimatischen Bedingungen auszuhalten, warum haben wir Ausländer solche Probleme? Tja, ich weiss es nicht. Ich bin Schweizer, musst du dich fragen. Oder vielleicht, wenn wir jeden Morgen ein Macadamia-Nüsli bekommen würden. Ja, das ist eine kleine Tür, weisst du? Da kommen bei uns nur die Besten. Hä? Ja. Was willst du damit sagen, Entschuldigung? Ja, nicht dran. Ja, nicht dran, bitte. Einfach geradeaus. Die beisst. Sie kann beissen, genau. Sie kann beissen. Aber unsere Tigerpytons beissen eigentlich nicht. Tigerpytons vom Charakter her beissen. Ich glaube, die Kamera ist eingelaufen wegen meinem Angstschweiss. Mein erstes Mal, dass ich eine Schlange berühre in meinem ganzen Leben. Eben einen Augenblick. Jetzt ist es passiert. Ah! Und? Oh, die fühlt sich an wie ein Sexspielzeug. Entschuldigung. Ganz ehrlich, ich muss ja sagen, was es ist. Für alle, die sich das nicht vorstellen können. Und dann. Und dann.